Musik Jetzt zeige ich euch, wie ihr euren Kuchen fondant tauglich vorbereitet. Für die optimale Höhe sollte euer Kuchen ca. 1,5 cm unter den Rand der Backform reichen. Zum Überziehen benötigt ihr ca. 350 bis 400 g Schokolade oder Kuvertüre. Wenn der Kuchen komplett ausgekühlt ist, stürzt ihn und schneidet die Unebenheiten gerade ab. Musik Stellt ihn nun auf die Tortenplatte und führt ihn mittig über die Stange. Musik Zieht nun beides heraus und stellt es auf einen Rost. Musik Nun schmelzt ihr die Schokolade oder Kuvertüre. Das könnt ihr im Wasserbad machen oder in einem geeigneten Kunststoffgefäß in der Mikrowelle. Musik Anschließend wird die flüssige Schokolade gleichmäßig über den Kuchen verteilt und kalt gestellt. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Sobald der Mandel fest ist, könnt ihr den Körper dekorieren.